Sie hören, Der Traumpalast. Bilder von Liebe und Macht. Von Peter Prange. Gelesen von Frank Arnold. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Teil 6. Dem Himmel so nah. 1925. Schmutzig-graue Wolken hingen über Berlin, aus denen der Regen in großen, schweren Tropfen auf die Stadt herabfiel. Fast war es, als wolle der Himmel des Geschehens beweinen, dem an diesem Mittwoch, dem 4. März des Jahres 1925, alles Leben erlag. Von dem sonst üblichen Lärmen und Drängen war an diesem außergewöhnlichen Werktag nichts zu spüren, vielmehr lag eine solche Stille über den Straßen und Plätzen, dass trotz der vieltausendköpfigen Menschenmenge, die sich vor dem Reichstag versammelt hatte, das Surren der Kameras zu hören war, mit denen die Lichtbilder der Deulich-Wochenschau einen schier endlosen Trauerzug aufnahmen, der, vom Präsidentenpalais kommend, sich in schleppend langsamem Schritt dem Parlamentsgebäude näherte. Wie in allen deutschen Städten hingen die Flaggen auf Halbmast, und während von den Türmen der umliegenden Kirchen die Glocken mit dunklem Klang anschlugen, hörten Kinder auf zu spielen, Männer nahmen ihre Hüte von den Köpfen und Frauen wischten sich Tränen aus den Augen. Sie alle verabschiedeten sich von einem Mann, dessen sterbliche Überreste mit militärischem Geleit auf einem fahrenden geschmückten Katafalk zum Potsdamer Bahnhof überführt wurden. Friedrich Ebert, dem im Alter von nur 54 Jahren verstorbenen Reichspräsidenten, das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt Deutschlands nach der Abdankung Kaiser Wilhelms. Ein Radioreporter kommentierte mit gedämpfter Stimme das Geschehen für die Hörer im ganzen Land. Von der Bevölkerung als roter Kaiser verehrt, hat dieser einfache, geradlinige Mann, Sattlermeister von Beruf und Sozialdemokrat aus Überzeugung, die junge Republik seit ihrer Geburt durch alle Irrungen und Wirrungen geführt, stets mit dem Ziel, die Gegensätze zwischen den politischen Parteien zu überwinden und die Widersacher zu versöhnen. Umso tragischer ist nun sein jähes Ende. Schon vor Wochen hatte sein Leibarzt eine Blinddarmentzündung festgestellt. Doch nachdem ein Journalist ihn des Landesverrats sowie der Mitschuld an der deutschen Niederlage im Kriege bezichtigt hatte, sah Präsident Ebert sich zur Verteidigung seiner Ehre gezwungen, einen Verleumdungsprozess zu führen, worüber er die Behandlung verschleppte mit dem tragischen Ende, dass er am 28. Februar an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs verstarb. Während eine Ehrenkompanie der Reichswehr aufmarschierte, um vor dem Leichenwagen zu salutieren, riss, als dieser das Reichstagsgebäude passierte, für einen Moment die Wolkendecke auf. Sonnenstrahlen, kalt und weiß, tauchten den Sarg mit der Präsidentenfahne in gleißendes Licht und an der Spitze des Geleitzugs flatterte eine Taube auf. Doch dieser Moment wehrte nur einen Wimpernschlag, dann schlug das schmutzige Grau des Himmels wieder über dem Volk zusammen. »In Erfüllung seines letzten Wunsches«, fuhr der Reporter fort, wird der Präsident nicht in der Reichshauptstadt, sondern in seinem Heimatort Heidelberg beigesetzt. Während hunderttausende Berliner die Straßen säumen, um Friedrich Ebert vor Antritt seiner letzten Reise noch einmal die Ehre zu erweisen, erfüllt eine von beklemmenden Ahnungen geschwängerte Trauer die Menschen. Ein Gefühl der Verlorenheit, wie nach dem Verlust des Vaters, gepaart mit der unsicher drängenden Frage, welches Schicksal unser Volk und Vaterland ohne diesen Mann nehmen wird. Wird es gelingen, sein Werk der Versöhnung fortzusetzen, um den so mühsam errungenen inneren Frieden zu wahren? Oder wird das deutsche Reich im Chaos versinken und wir alle mit ihm untergehen? Rahel klopfte das Herz bis zum Hals, als sie zusammen mit Tino und Alex am Tempelhofer Feld das Hochzeitsgeschenk ihres Mannes auf dem Flugplatz stehen sah. Eine viersitzige Junkers, silbern in der Frühlingssonne erstrahlend, das Heck am Boden, die Schnauze mit dem Propeller unternehmungslustig in die Höhe gereckt, stand sie zu Rahels Jungfernflug bereit. Während ein Mechaniker im ölverschmierten Overall sich noch mit einem Schraubenschlüssel am Motor zu schaffen machte, wartete ihr Fluglehrer Harry Bartels schon in der gläsernen Kanzel auf sie.